Keine Ahnung, was du nach dem Schulabschluss machen willst? Finde es heraus bei der ersten Ausbildungsmesse Südspessart. Hier erfährst du, welche Ausbildungen du direkt in den Orten der Allianz Südspessart machen kannst. Lerne die Firmen direkt kennen und finde einen Ausbildungsplatz in deiner Heimat. Die erste Ausbildungsmesse Südspessart am 19. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der Südspessart-Halle in Könnenberg.